Moinsen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von YouTubers Live. Wir sind in der letzten Folge noch mit Jordine gechattet. Da geht es jetzt auch direkt weiter und lassen unseren Twin schön unsere Videos machen. Der mal wieder zu Hause rumgammelt. Der nimmt natürlich direkt das nächste Video aus. Wir brauchen auch mal bald wieder ein neues Spiel. Die stagniert, geht langsam runter und unser Chat läuft natürlich auch weiter mit Jordine. Wir müssen ja mal hoffen, dass wir sie mal einstellen, weil wir müssen zu allem unsere Verhältnisse verbessern und da geht die Abo-Zahlen runter. Müssen wir den Chat jetzt wohl beenden und einkaufen gehen. Und brauchen ein neues Spiel für Quinn. Chat leider beenden, aber wir müssen später weiter filmen mit Jordine. Rechnen ab. Wir können selbst gerade kein Video machen. Amazing One. Neuerscheinung. Dull PC. 3. Oktober kam Naughty Bongo raus. Nehmen wir. Kaufen wir. Wir chatten natürlich weiter mit Jordine. Können am chatten, kriegen ein neues Spiel. Und lassen das Quinn gleich bearbeiten, ist ja klar. Denn damit lässt sich kein Geld mehr verdienen mit dem Samurai Demon Gameplay. Vielleicht schaffen wir diese oder sogar nächste Folge einen von den beiden die 100... Ah, die einen, nicht die 100.000. Die eine Million Abonnenten. Das wäre richtig nice. Zeig mir mal dein Ergebnis, Quinn. Ja, du bist echt gut. Das Problem ist nur, bringt mir nichts, dass du so gut bist, wenn ich spiele. Erstmal eine Preview-Source starten. Geht leider gerade erst am schlechteren Rechner. Da kommt das Gameplay. Und wir haben jetzt richtig zugelangt bei Jordine. Was geht denn da ab? Okay, sie will bis zu den nicht ab. Okay, dann laden wir die doch gleich mal ein. Einladen. Hallo Elena, reden. Wir können nach einer Beziehung fragen mit Jordine. Das wäre ja mal awesome. Oh oh. Sie will nicht. Oh man. Kissen auch nicht. Das ist ja mal blöd. Aber wir wollen sie arbeiten lassen. Brauchst du ein besseres Verhältnis, um diese Person einzustellen. Was denn noch für ein besseres Verhältnis? Wir reden weiter mit ihr, um das mal voll zu bekommen. Oh, das ist ärgerlich. Wir würden uns glaube ich mit einem Typen einlassen sollen. Und nicht unsere ganze Zeit in sie stecken. Das Video wird hochgeladen. Der macht gleich die neue Aufgabe am Top 1er PC. Genau die Bongos. Direktes Gameplay hinterher. Am besseren Arbeitsplatz natürlich. Zack. Und wir? Jordine schon wieder weg. Ah, ist das ärgerlich. Ne, da ist sie. Reden. Reden mit ihr. Gibt es einfach nicht. Wir werden schon viel, viel weiter mit mehr Mitarbeitern. Reden weiter. Wie kriegen die noch irgendwie rum? Die darf sich nicht sträuben. Werben das Ganze. Zack. Und reden danach nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Das sollte reichen. Und die Quinn-Videos laufen natürlich in der Zeit richtig, richtig gut. Und zwar Geld gemacht, aber Verluste bei den Abonnenten. Hier machen wir natürlich wieder Plus. Wir werden ihr ein Geschenk geben. Und zack. Kostet zwar ein bisschen Asche. Was ich immer. Reden wir nochmal mit ihr. Ich bin jetzt natürlich fertig. Ergebnis zeigen. Mega interessant alles. Man macht direkt am dritten Platz noch ein Video. Nicht wir. Quinn soll ein Video aufnehmen. Wir brauchen dich jetzt als Angestellte. Wir müssen ein bisschen anbändeln, damit das funktioniert. Wir haben abends die Mal. Können wir jetzt flirten? Oder will der es auch nicht? Doch flirten will sie. Dann versuchen wir sie jetzt mal. Oh, jetzt will sie plötzlich küssen. Holy shit. Jetzt eine nach einer Beziehung fragen. Jetzt oder nie. Nein, das will sie nicht. Verdammt. Dann hau ab, du Olle. So, da müssen wir jetzt mal. Das ganz. Beste machen. Wir müssen mal gucken. Rang auf YouTube. Der erste ist. Fabulous Director. Adeen. Okay. Den folgen wir mal. Wir brauchen einen Gamer. Jodine. Können niemanden einstellen. Unten auch keinen einstellen, der schlecht ist? Nee. Geht halt einfach nicht. Wir können Quinn feuern. Das wollen wir aber nicht. Er macht ja unsere Videos. Aber wir können mal den obersten PC gucken, ob wir den noch weiter aufrüsten können. Oh, und Quinn. Zeig mir dein Ergebnis. Und nimm ein Video auf. Gameplay. Aber jetzt Platz 1. Und wir gehen jetzt einkaufen. Nämlich bei PC World. Gehäuse. Gibt es schon ein neues? Nein. Tastatur. Haben wir ja auch die beste, die es momentan gibt. Monitor auch. Maus auf. Webcam auf. Mikrofon auf. Kopfhörer auch. Uiuiui. Und Software. Der PC ist hier voll ausgerüstet. Was sind das? Hashtag bewerben. Krass. All consoles. Handys. Aber wir haben das iPhone. Es gibt noch keine Tablets, anscheinend Konsolen. Natürlich die Playstation 3 und ein Pferd. Müssten wir hier noch den Marktanteilen gucken. Und uns eine Playstation 3 mal kaufen. Dann gehen wir mal nach Haus. Ach ja. Vorhin kommen wir nach. Nach Amazing One. Gibt es ein neues Spiel. Neuerscheinung. Meine Konsolen. 13. Mhm. Für das Saga hier. Gibt es ein neues Game. Kaufen wir. Das brechen wir ab. Was kommt hier jetzt? Die Playstation. Zack. Und wir machen jetzt ein neues Video. Eine Preview. Start. Und da ist Platz 3. Verkündern 1 Arbeiter. Eine Begrüßung. Und da. Oh je, die Tasten haut. Warum ist das so laut, ey? Da kommt doch jeden Tag ein Update von dem Spiel raus. Und ein bisschen verändert sich's immer. Aber diese Tastengedrücke tut ja richtig weh in den Ohren. Und ja. Ihr wisst, was wie mal wieder passiert ist. Ohrenkrebs. Nein. Ich hab wieder vergessen zu essen. Und so ein Scheiß. Bei der Preview. Da haben wir das ganze Spiel einfach mal in den Eimer gesetzt. Was soll's. Ist halt so. Super Interesse. War aber schlecht. Und da müssen wir den Rechner eigentlich auch noch voll aufboosten. Ja, wir haben Hunger. Gehen nach oben. Zu Quinn. Was geht bei Quinn? Zeig mir deine Ergebnisse, bevor du nach Hause gehst. Lad den Schizzle hoch. Wir wachsen und wachsen mit unseren Abonnenten. Richtig nice. Du gehst schlafen. Nachher gehst du was essen. Und Quinn sollst nicht tanzen. Du sollst ein Video aufnehmen. Warum tanzt der rum, der Typ? Ja, aber das ist Platz 1. Was sonst? Hm, Spaghetti. Da hätt ich jetzt auch Bock drauf. Aber nee. So, mit Aden müssen wir mal ne Runde chatten. Der beste YouTuber, mit dem muss man sich natürlich anfreuen. Oh, Rafflings können wir jetzt reinsetzen. Damit verdienen wir doch Kohle, oder nicht? Ey. 2 neue Computerwitches. Nur welche. Geil. Reparieren. Ah, Aden freut uns. Er ist bekannter. Und wo ist Quinn? Er arbeitet schon wieder oben. Okay. Sehr geil. Aden chatten wir mit weiter, bis Quinn fertig ist. Und dann gehen wir mal einkaufen. Zeig dein Ergebnis für Quinn. Dann gehen wir sogar erst in der nächsten Folge einkaufen sich sogar. Wir haben 963.000 Abonnenten. 30 Millionen Aufrufe. Nächste Folge knacken wir hoffentlich die Million. Wenn du dir das Ganze gefallen hast, lass den Kommi da. Und ich freue mich über jeden Daumen nach oben. Die helfen mir super, super viel. Wenn ihr einen Daumen nach oben gebt, ist super geil. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ciao.